Ja, morgen Leute, Marc Bellinghaus hier. Ich habe gerade im Radio gehört, die Kerstin Feers, die Bischöfin der Evangelischen Kirche, hat ein Statement abgegeben, dass Ämter von christlichen Pfarrern, Pfarrerinnen mit der AfD nicht vereinbaren sind. Und ihr wisst, ich bin Missbrauchsopfer der Evangelischen Kirche, aber in der Beziehung bin ich 100% hinter Frau Feers. Super gut. Und ich habe ja Erfahrungen mit der AfD, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht. Und da war auch immer so eine Gruppe, die auf Christen und so weiter gemacht haben. Aber wenn man Leute irgendwie in Anatolien oder so entsorgen will, das geht gar nicht. Also ich bin absolut hinter dieser Aussage von Frau Feers und gut gemacht. Also schönen Tag. Denkt mal drüber nach. Ihr könnt ja auch darüber ein bisschen diskutieren mit Leuten. Das ist wichtig, dass das im Gang bleibt, die Diskussion. Also schönen Tag.